Die erste Frage hier jetzt beim Aufschlag. Dann stehen sie da hier mit dem Schläger und dann der Ball hier und dann hüh und peng, zisch und dann hier bums oder da hier püpp, aua. Wie geht das denn genau von Start? Es ist ja das Wichtigste beim Tennis. Das Wichtigste beim Tennis ist ja Service und ich habe ja das Problem, es ist ja ein rein mathematisches Problem, weil ich stehe ja mit 45 Grad Winkel zur weißen Linie und jetzt ist so, dass der Arm auch zwischen 78 und 98 divergiert. Und jetzt ist so, das ist eine ganz leichte Milchmädchenrechnung, jetzt nehme ich einen Mittelwert, das sind 88 Grad und die setze ich in der 12. binomischen Formel ein.